Du bist schon wieder krank. Alle um dich herum sind erkältet, verschnupft, husten, sind abgeschlagen und auch du kommst nicht so richtig aus dem Quark und kommst nicht aus dieser Dauerschleife dieses Erkältungsmarathons heraus. Dann bleib dran, ich erkläre dir in diesem Video meine besten und wichtigsten Hacks, wie man durch die kalte Jahreszeit, durch den Winter und vor allem durch diesen Erkältungs- und Rotznasenmarathon super durchkommt. Mein Name ist Benjamin Börner. Ich bin Spezialist für biologische und integrative Medizin. Ich bin Inhaber, Leiter und Geschäftsführer des Zentrums für integrative Medizin Börner Lebenswerk hier in Tübingen. Seit 14 Jahren befasse ich mich mit schwer kranken Menschen, aber auch Spitzensportlern und Managern, die einfach ein gesünderes, vitaleres und nachhaltigeres Leben leben wollen. Viele tausende Patienten waren bei uns. Ich weiß, wie ein Immunsystem funktioniert. Ich weiß, was dein Immunsystem braucht und ich kann dir mit Sicherheit auch da zielführend in der Analytik, solltest du einem wollen, weiterhelfen. Jetzt in diesen Videos meine wichtigsten Hacks, wie ich vor allem hier zwischen vielen hunderten Patienten pro Woche gesund bleibe und auch gesund durch die kalte, winterliche Rotznasenjahreszeit durchkomme. Hack Nummer 1. Ganz wichtig an der Basis Ernährung. Ernährung. Du musst verstehen, dass unser Immunsystem auf alle Reize entweder adäquat oder inadäquat reagiert. Ein wichtiger Faktor, wie dein Immunsystem reagiert und vor allem aufgestellt ist, ist die Darmfunktion. Warum? Im dünnen Darm haben wir hinter den Paierschen Blacks, also hinter der Schleimhaut, ganz viele lymphozytäre Strukturen. Das heißt, sehr viele weiße Blutkörperchen, die sehr stark abwehrend, also viral, bakteriell, parasitär und pilzabwehrend arbeiten, sitzen tatsächlich im Dünndarm beheimatet. Dementsprechend wichtig ist es natürlich, wie du dich ernährst und vor allem, wie du diese Bakterien, die da in deiner Schleimhaut angesiedelt sind, also die guten Bakterien, auch fütterst und näherst. Jetzt musst du verstehen, wenn du jetzt eine Kost täglich zu dir nimmst, die eher reizend wäre, eher entzündungsfördernd wäre, eher Spurenelement und vitaminarm wäre, dann hätten wir mit der Zeit ein immunologisches Problem, weil diese lymphozytäre Struktur, also diese weißen Blutkörperchen, einfach immer schwächer arbeiten. Deshalb, wie ernähre ich mich? Ich ernähre mich glutenfrei, hefefrei, Milcheiweißarm, ich würde nicht sagen frei, sondern ab und an gibt es wirklich sehr selten eine gute hochwertige Quelle an einem Milchprodukt, wenn dann aber eher Ziege oder Schaf, Butter kannst du sehr gerne essen und wenn es sein muss, auch mal ein bisschen hochwertige Demetersahne. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall in dieser Jahreszeit, vor allem, weil es auch sehr verschleimend wirkt, die Milchprodukte auch meiden. Also Gluten weg, Hefeprodukte weg, Milchprodukte weg, dann dementsprechend sollst du den Einfachzucker natürlich eindämmen, Glukosesirup, es wäre quasi, in verarbeiteten Lebensmitteln haben wir sehr viel Glukosesirup, was sehr stark reizend und entzündungsfördernd auf den Darm wirkt. All diese Dinge würde ich einfach mal weglassen. Wenn du Allergiker bist im Sommer oder Allergikerin, dann würde ich dazu raten, auch in dieser kalten Entzündungs-Rotznasen- und Grippezeit, einfach zu versuchen, die histaminhaltigen Nahrungsmittel, also wie zum Beispiel Tomaten, Sauerkraut, rotes Fleisch, aber auch einige Gemüsesorten, zum Beispiel aber auch Zwiebeln, Knoblauch, einfach ein bisschen eingedämpfter oder eingedämpfter zuzuführen. Warum? Weil natürlich Histamin über die sogenannten Mastzellen auch wieder eine starke Entzündungsreaktion in Gang setzen können. Also zusammenfassend, ganz einfach an der Basis, deine Ernährung sollte wirklich sein biologisch, regional, saisonal, glutenfrei, hefefrei, milcheiweißfrei bis auf Butter und dementsprechend einfach ein bisschen histaminarm. So, das mache ich auch. Zweiter Punkt ist immunologisch gesehen extrem Schlaf und Erholung. Warum? Man muss verstehen, dass unser Immunsystem ganz stark evolutionär geprägt ist. Das heißt, wenn wir sehr viele Stresshormone haben, haben wir eine immunologische Verschiebung. Das heißt, haben wir Adrenalin, Noradrenalin und Cortisolausstoß, ist es gleichsam so, dass wir einen gewissen Zytokinsturm im Organismus erleben. Denn unser Organismus bereitet sich vor auf einen lebenswichtigen oder Überlebenskampf. Zum Beispiel die Antilope gegen den Löwe oder noch weiter zurück der Neandertaler gegen das Bison oder wie auch immer man das sagen will, oder gegen die Raubkatze. Evolutionär gesehen und vom Nervensystem her und immunologisch sind wir immer noch ziemlich gleich aufgestellt als damals. Das heißt, je mehr Stresshormone wir haben und je erschöpfter unser Organismus wird, desto unadäquater wird unsere Immunleistung. Bedeutet, viele Stresshormone, der Organismus kümmert sich auf einer Seite des Immunsystems sehr stark um bestimmte Themen, auf einer anderen Seite, zum Beispiel in der Zelle, intrazellulär, wo wir Viren, Bakterien, Parasiten, aber auch Krebszellen etablieren und auch immer wieder zugeführt bekommen, kümmert sich es eher schlecht. Das wäre dann ein sogenannter TH2-Shift auf der T-Zell-Ebene der weißen Blutkörperchen. Kann man sehr gut messen, ist sehr effizient, solltest du also chronisch Beschwerden haben, immer wieder immunologisch, lohnt es sich eine sogenannte Lymphozyten-Subpopulation zu machen oder ein T-Zell-Zytokin-Profil. Also das nur nebenbei. Heißt, wir sollten schauen, dass wir ein gutes Schlafmuster haben, also acht Stunden Schlaf, durchschlafen, gekühlt, in dunklem Raum, keine Handys, keine Tablets, kein Fernsehen bis zu zwei Stunden vorm Schlafen gehen und einfach schauen, dass du wirklich mit nicht zu vollem Magen ins Bett gehst und ausgeruht aufwachst. Erholung bedeutet, dass du dir genügend Erholungszeiten auch während des Tages immer mal wieder einbaust, auch wirklich diese Balance zwischen Anstrengung und Entspannung versuchst zu etablieren. Das wird deinem Emotsystem auf jeden Fall gut tun. Dritter wichtiger Punkt ist Bewegung. Wenn es nicht der Sport ist, im Fitnessstudio oder ansonsten, wenn du gerne in ein Hobby nachgehst, dann sollte es zumindest ein Spaziergang, ein zügiger Spaziergang bei jedem Wind und Wetter täglich sein. 45 bis 50 Minuten, besser eine Stunde, bewirkt wahre Wunder, weil wir hier auch ein gewisses Training über die Bewegung an deinem Emotsystem vornehmen können. Vierter wichtiger Punkt ist Sauna, Infrarot, Kältebad. Bedeutet, ich mache zum Beispiel morgens Wechselduschen, das heißt, ich dusche erst warm und dann dusche ich mich noch sehr eiskalt ab. Das mache ich jeden Morgen. So stimulierst du quasi auch bestimmte lymphogene Strukturen, das heißt, auch wieder diese Lymphzellen werden sehr stark aktiviert, auch die B-Zellen werden dadurch aktiviert, aber auch deine T-Zell-Population wird stark aktiviert, um wirklich gut aufgestellt zu sein. Man kann auch über Infrarot arbeiten, Infrarotsauna oder normale Saunagänge mit typisch klassischem Aufguss. Ein- bis zweimal die Woche werden auf jeden Fall in dieser kalten Jahreszeit über die Stimulation und im Endeffekt die Imitation eines Fiebers viral und bakteriell wirklich Wunder bewegen. Fünfter wichtiger Punkt, sehr wichtig, sind die Zufuhr der richtigen Nährstoffe. Nährstoffe dementsprechend natürlich in dieser Jahreszeit. Vorneweg Vitamin C, Selen, Zink, Mangan und gegebenenfalls Kupfer bei einer Histaminproblematik. Das heißt, wenn zum Beispiel die Mastzellen zu viel Histamin ausstößen, macht es auf jeden Fall auch mal Sinn, ein bisschen Kupfer einzunehmen. Ansonsten Vitamin C, Selen, Zink und Mangan. Ganz wichtig für bestimmte Enzyme, zum Beispiel die Superoxid-Dismutase 1 und 2, die immunologisch und antioxidativ, das heißt zellschützend, extrem wichtig sind. Dazu sollte man nie vergessen, Magnesium zuzuführen, am besten in einer organischen Form, also Magnesium-Citrat, Carbonat oder Glycinat mit Glycinsäure. Schläft man auch noch viel besser, das lohnt sich auf jeden Fall. Was ich dazu immer noch mache, ist zum Beispiel ein bisschen Glutamin, also Glutaminsäure zu geben und eine gute Aminosäurenversorgung über hochwertige tierische Eiweiße, also Fleisch und Fisch. Aber natürlich auch kann man gegebenenfalls über Nährstoffsupport, über ein gutes Aminosäureprodukt auch zusätzlich zuführen. Das kann man dauerhaft die ganze Zeit über die Kalte Jahreszeit hinweg machen. Sollte das nicht reichen, zum Beispiel ich mache es so, ich gebe mir persönlich pro Woche zwei hochdosierte Infusionskonzentrate, die ich für mich, meine Belange konzipiere und komme so ganz hervorragend durch die kalte Jahreszeit und vor allem durch die Zeit mit vielen, vielen kranken Patienten hier. Ich werde also so gut wie nie krank. Wir wenden das jetzt auch zwischenzeitlich bei unseren Patienten an. Wir haben die Infusionsboutique etabliert, das heißt auch diejenigen, die nicht diese umfassende große All-in-One-Analyse hier im Börner Lebenswerk machen können oder wollen, haben jetzt die Möglichkeit, da wir sie jetzt eröffnet haben, die Infusionsboutique wirklich sehr exklusiv high-end konzipiert mit meinen Infusionskonzentraten, die ich über 14 Jahre mit vielen tausenden Menschen etabliert habe, stelle ich zur Verfügung. Die könnt ihr euch einfach selbstständig buchen und die Infusion dementsprechend, was gerade vorliegt, einfach genießen und dir was Gutes tun. Diese Infusionskonzentrate werden dich dazu bringen, dass du in kürzester Zeit mehr Energie hast, weniger Schmerzen, immunologisch viel besser aufgestellt bist. Das heißt, deine Erkältung wird wirklich weggepustet, weggeblasen. So viel kann man über Nährstoffe, Ernährung, Bewegung und sonstige Dinge überhaupt nicht machen. Also ich rate dazu, wenn du weißt, es wird jetzt sehr anstrengend für dich oder viele um dich herum sind sehr angeschlagen und krank oder du sagst, du möchtest einfach diesen Winter endlich mal gut aufgestellt sein, dann gönn dir bei uns in der Infusionsboutique die wirklich hochwertigen Infusionen, die wir wirklich für viele Menschen zusammengestellt haben und durchschlägig wirken. Ansonsten, wenn dich die integrative Medizin, die biologische Medizin genauso interessiert wie mich persönlich, dann schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, abonniere unseren YouTube-Kanal, hau die Glocke, lass ein Like da oder schreib was in den Kommentaren. Gegebenenfalls können wir auch mal ein anderes Video machen über ein Thema, das dich interessiert. Ansonsten bis ganz bald, dein Benjamin Börner.